Den dritten hast du jetzt schon mittlerweile angeguckt? Halt die Schnatte! Welchen dritten? Den dritten, über Weihnachten. Ich wusste nicht, weil es den zweiten gibt. Alter, laber nicht. Es gibt den ersten, dann gibt es den zweiten und den dritten dann. Ne, ich kenne nur den ersten. Der zweite, Alter, der erste ist ja das, wo sie den gehen, ins White Castle. Das zweite ist das mit George Bush. Oh, ja. Jetzt bitte Concentration, Jungs, sich stillen. Ach, nö, schon wieder hier. Warum immer ne Flugzeug? Habt ihr schon mal die neue Map gespielt, überrascht? Ja, gerade eben sogar. Ja. Ich hab gar nicht. Ich auch noch nicht. Die ist nicht so geil. Dafür aber du umso mehr. Ja, klar. Obama! Charit hat nen kleinen. Charakter, oder was? Äh, Fuse? Fuse? Der erste ist nicht groß. Wofür Fuse, Alter? Das ist Geisel, Mann. Äh, nicht Fuse. Ich mein Termite. Der Ding hat's verstanden. Obama hat's verstanden. Obama hat schon mitgedacht. Obama hat schon mitgedacht. Er hat einen eigenen Kopf. Du musst nicht für ihn denken. Genau. Aber er hat gewusst, was ich meine. Ja, wir lassen Obama das alleine machen. Er ist Obama und das ist das Präsidentenflugzeug, wie du sicherlich weißt. Er kennt sich ja wohl am besten aus. Spassi, Alter. Du kleiner Wischpassi. Alter, hier auf der Waldstraße. Eben krabten Parkplatz frei geworden. Sofort der nächste wieder rein. Wieso ist das einfach, Alter? Was willst du sagen, Mann? Hier findest du keinen Parkplatz. So geht er nicht im Hof parken. Was? Du hast nen Hof, in das du parken kannst? Was? Du hast nen Auto? Ich hab beim Hof, der ist groß, dass ich ein Blümchen drinne. Der fährt mit dem Fahrer ab. Da stell ich ab und zu mein Dreirad ab, das ich mir von Jigsaw geliehen hab. Ach so. Wir teilen uns das Dreirad. Achtung beim Rausbrennen. Kleine Hure. Da war ein bisschen George aus dem Dschungel. Nein, nein, Obama, wir müssen hier lagen. Obama hier lagen. G, geh mal weg. George, George. George aus dem Dschungel. Hier ist ein Schild, hier ist ein Schild. Kannst du reingehen. Geh mal die Treppe hoch, irgendeiner. Hier links ist ein Schild direkt. LOL. Kannst du mal aufmachen, G? Ich hab hier diesen Schlitz. Wo aufmachen? Ja, da, die Tür. Ich weiß, dass du einen Schlitz hast, auf jeden Fall. Mit einer Granate oder so. Dann mach's mit einer Granate oder so. Ja, super. Hätten wir das gemusst, dass wir nicht haben. Okay, Frost war oben, Frost ist tot. Sehr gut. Wechseln das Magazin. Drohne unterwegs. Ein Schuss, Alter. Ein gezielter Schuss. George, George, George aus dem Dschungel. Kann man noch ins Flugzeug glitschen? Ja, kann man. Okay, ich hab meine Kamera. Alter, komm schon. Meine Kamera ist unten platziert, so könnt ihr wenigstens sehen, wo die sind. Also, einer im Raum. Zwei. Warte. Geisel in Licht. Zwei im Raum. Ah. Zwei im Raum. Ja, die letzten zwei im Raum. George, George, George aus dem Dschungel. Flaschen und vorgehen, ja. Flaschen und vorgehen, ja. Wer für Flaschen. Ich flash nochmal, Ups. Boah, jetzt bin ich geflasht. Flash. Mich. Nochmal. Als wär's das erste Mal. Der wurde nicht geflasht. Nein, hab ich nicht. Der andere, den hat die Flash-Granate gar nicht interessiert, Alter. Obama. Komm schon. Gib ihm, gib ihm, Obama. Gib ihm. Gib ihm. Der holt alle. Der holt alle. Ja. Nur noch einer vom anderen. Aber er holt ihn jetzt. Perchill. 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 Ich guck mal durch meine Kamera. Nix. Er ist bei der Tür hinten. Also, warte. Ja, ja, der ist hinter, der ist hinten. Ja, doch, der, der, wo Castle aufgesprungen ist. Da kommt er gleich rein. Da. Da? Da. Also, rechts, rein. Nein, nein, da. Rechts neben den Schränken. Rechts neben den Schränken, Mann. Da? Da steht er. Da stand er gerade. Ja, bei der Tür steht er. Er steht da gerade. Genau. Ich sag dir, wenn er... Er liegt da. Er liegt da. Warte. Also, er geht jetzt rein. Jetzt kommt er durch. Er liegt sich hin. Er liegt. Er liegt auf dem Boden. Da, die Tür. Da. Der kackt. Jo, jetzt geht er ein bisschen weiter nach hinten. Jetzt macht er die Castle-Tier auf, oder? Boah, der soll mal die Scheiße wieder zurückstellen. Nee, ey. Der steht ganz hinten. Der ist ganz hinten im Lagerraum. Versuch reinzugehen oder so. Achso, du bist schon reif. Wie kommt jemand da raus? Sehr schön. Schott, schott, schott aus den Dschungel. Bilder geht das kaum. Ah. Vor allem der, das war verfickte... Das war ja die Ding, die... Valküre. Valküre. Das sagt er bei der Castle. Achso, Castle-Tür hat er das gesagt. Sorry. Ja, Castle-Tür gibt es. Ich ging als er vor. Ein Schwarzer kommt gleich um die Ecke. Bartei geht das kaum. George, George. Shorts aus dem Dschungel. Du bist mir echt ein... Du wichser. So will ich einen scheiß verfickten Ohr. Shorts aus dem Dschungel. Ja, Shorts aus dem Dschungel. Friss meine Shorts. Sogar Sandy hält ihn für einen Psychopath, weil er seine Hose zerrissen hat. Mach mal noch keine Türn oder so zu. Mach dir mit mir den Glitch. Durch die Wand. Dann mach dir den Glitch. Also mach Red, schimm mal deine Dings. Mal hier. Deine Türn, wenn du eine hast. Was mach ich? Eine Schildschule. Weil ich meine Hose... Hier hin. Jetzt zurück, zurück, zurück. Als der große Larry K. Mit seiner Muskel bracht. Da hat ich bei mir... Der hat ein Depp gemacht. Mach die Viertel. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Sogar wenn du mit dem Hell mit dem Film im Psychopath... Nee, nix. Nix. Mach mal nochmal auf Pirate. Mach mal nochmal auf. Ohne Schildschild viel zu weit weg, Alter. Das schafft ihr niemals. Ja, ich keine Ahnung, was ihr da vorhattet. Ich kenn den Trick ja nicht. Äh, dann schild jetzt das mal nach vorne. Stell mal egal. Hat jemand oben zugemacht? Nee, ne? Scheißen. Nein. Wird wir hier zur fünft? Ja, ich wollte ja hinten kommen. Okay, die Arsch ist da gerade reingekommen. Achtung. Und war mal hinter dir. Full Flash. Da steht ein Schild. Warte, warte, ich mach das, ich mach das. Bin wir noch da? Ich bin angehegeltet. Also nicht mehr. Einer ist verletzt. Ja, ich hab ihn. Da oben ist noch einer. Hier ist links um die Ecke. Hilfe. Der Obama, der macht sie einfach. Alter, du machst einen Schuss, ich liege, Alter. Er gibt mir einen Schuss. Oh mein Gott, helf doch. Ach. Ey, ich komme um die Ecke, will Obama helfen. Ich kriege einen einzigen Schuss und liege direkt auf dem Boden, Alter. Das ist so unlogisch. Ich habe ein Messchen platziert. Die Süßen sind platziert. Meine Süßen sind platziert. Die sind platziert. Lieber uns. Blinster verbleibender Gegner. Hoppala. 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 Bei dir? Er ist da, Achtung Wo? Sogar Sandy hält ihn für einen Psychopath Weil er seine Oma gefegt hat Nee, weil er seine Oma zerrissen hat Okay, das ist übertrieben Das ist übertrieben etwas Da kommt der Oma Aber nicht mehr drauf klar Gieß da, ich folge dir Ich will auch mein Ding Ihr müsst die Geisel zurückholen Folge ihm nicht! Er ist der falsche, Judas Sind die Hunden? Das interessiert mich nicht Ich will einfach da rein Sind die Hunden? Dann schafft das nicht mehr Dann brauchst du den Glitch nicht Nö, die sind nicht unten Ich hab sie findet Ich hab einen entdeckt Fünf Sekunden bis zum Einsatz Geisel entdeckt Geisel entdeckt Geisel entdeckt Geisel entdeckt Drohne ist bereit Ja sogar Sandy hält ihn für einen Psychopath Geisel entdeckt Geisel entdeckt Geisel entdeckt Geisel entdeckt Geisel entdeckt Machiere ist weg Muss man gucken Hast du die Kamera noch? Ne, ich bin grad unten Markiere gleich Also ganz oben Der oben ist weg Achtung, ich schläf eine Granate Ich kenne es, dass keiner baut? Geisel gesichert, evakuiert Mach hier auf, auf hier weg, weg, weg Mach auf, mach auf Komm raus, Judas Hab die Geisel Alter, spinn die Kacke Richtig, Kacke Außerdem geht jetzt in der letzten Runde richtig ab, weil es geht wieder 3-0 Ich wollte es nur gesagt haben Es geht wieder los Ich glaube es geht schon wieder los Ich mach mir die Hose Ich riech's ja leider schon Ich ess dabei mein Kloß Das für Kloß? Wann los? Der hockt auf dem Schoß Die Geisel muss gesichert werden Den Raum befestigen Dann mach das bloß Wo bloß? Leider nicht viel los Hey Obama Willst du mal sehen wie viel Schaden meine Deagle macht? Nein, die macht 60 hoch Muss man hier auch so spielen? Das war kacke für ihn Ficken, dicken, dicken, wicken, dicken Dicker Fick Ficker, 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 Miniment Ich liebe ficken, ficken, ficken Hin, hin Du musst hier nochmal zumachen Hier, wo du eben zugemacht hast Wer kickt Wer kickt, muss ficken Die haben schon eine Kamera zuerst mit dem Scheiß Welche haben die kaputt gemacht? Die oben, weil die aufgesprengt haben, gell? Ich möchte dicke ficken Möchtest du das? Die kommen von da, von unten Ne lol oder auch nicht Meine giftigen kleinen Kerlchen sind platziert Meine Süßen sind platziert Schmeißen Ja komm, gib her Von wo? Unten, ja Schmeiß grad runter Da liegen sie alle Genau Da war noch einer Die Ash war noch Ah, die Ash hast du grad gekillt Der Ash war unten Ich geh mal wieder hin Ich geh mal wieder hin Ich geh mal wieder hin Achtung, Schilder! Achtung, da unten! Da kommt dann auch eine vielleicht. Oder über uns. Aber was hat er sich erhofft, dass er jetzt gerade gegangen ist, der Kerl? Ach, hier! Aaaaaaaah! Oh, Mama ist tot. Oh, die Dominati! komm ich bringe runter ich bringe runter ich bin jetzt geht auf die jagd jetzt hat er blut geleckt Der letzte ist der Blitz, Alter. Oh mein Gott, Junge. Ich wusste es, ich wusste es. Guck dir das mal an, Alter. Den ersten geholt, hinten rechts. Zack, Junge, wen willst du hier mit Chill down? Mit Chill down? Mag kein Willes. Nomi, die Runde geht gut los, Alter, das Spiel. Och, Parrot, Alter. Was? Schmuchtel. Ja. Das war jetzt schon wieder, ich habe nicht gesehen, ich habe am Handy geguckt. Schmuchtel. Wer mal? Schwuggel. Schwuggel, genau. Schwuggel.